Hallo zusammen, ich bin Mitch Beck. Ich mache Regie und Kamera beim ersten interaktiven Musikvideo der Schweiz zum Song «Tell me what you see» von «Death by Chuckle». Hallo zusammen, ich bin Matthias Schenk, meine Hobbies sind Fische und Paneriten. Mein Name ist Matthias Schenk, ich spiele ihre Band «Death by Chuckle». Wir kommen aus bei und machen Rock. Wir drehen hier unseren allerersten Videoclip zum Song «Tell me what you see» aus dem Album «From Birthdays to Funerals». In diesem Song geht es um Frauen, um Beziehungen und um ganz viele andere, ganz, ganz schwierige Sachen. Ich bin Chris. Ich mache die Maske für den Videoclip «Tell me what you see» mit Luana zusammen. Hallo Luana. Hallo. Hallo. Wir schminken den Sänger, ihn, den Matthias und die Schauspieler, die mitmachen. Wir müssen bei ihm jetzt nicht viel machen. Er kommt ein paar Mal auf der Schnur. Darum müssen wir ihm einfach die Haut schön abdecken. 아니야. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020